Okay, Leute, willkommen zurück zu Peppa Mario 2, vor dem Finale, oder fast. Und, ähm, pardon, ich wechsle mich mal aus gegen Barbara. Warum? Weil Barbara einfach besser ist. Warum? Weil es einfach so ist. It's time for the final. Sehr unangenehm hier, aber irgendwie kommt es mir bekannt vor. Wo sind wir nur? Äh, ohne Palast? Klingelt? Uah, ha, 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 ha. Sei gegrüßt, Mario. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. K-Kruzius? Haha, vollkommen korrekt. Man nennt mich Kruzius, den Anführer des Geheimwundes der Kruzion. Und ich möchte euch hier mit meiner zutiefst empfundenen Dank aussprechen. Wie er mal einfach über die Treppe schwebt. Genial. Wieso? Ist das nicht offensichtlich? Ich habe nicht danach gefragt, aber sag ruhig. Ihr habt für uns die Sterne-Juwelle gesucht. Was? Dann habt ihr also diese Sterne-Juwelle vom Mond... Uah, ha, 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 ha. Die späte Einsicht Um uns alle Stern-Events von euch zu holen Das schien uns viel zu umständlich zu sein So haben wir euch das letzte Stern-Jubel Einfach überlassen Und hier haben wir uns das Eon-Tor geöffnet Wir haben das Juwel absichtlich Diesem unfähigen Grütter Kruzilus Anvertraut Der hatte davon natürlich keine Ahnung Es war also von Anfang an egal Wie der Kampf auf dem Mond ausgeht Auf meine Pläne hatte das keinerlei Einflüsse Nun Eigentlich soll ich das Schattentrio gefangen nehmen Aber diese Nieten haben völlig versagt Aber gut Dann werde ich hier auch nicht eben selbst den Chaos machen Sei vorsichtig Mario Sobald ich erledigt habe Ist der Weg zum Schatz frei Und ich Kruzilus werde der größte Herrscher aller Zeiten sein Wir werden ihn besiegen Mario Passt auf Es geht los It's time To Fight Jeder der es wagt Meine Pläne zu durchs Kreuz liquidiert Ich will euch zeigen was es heißt sich mit mir anzulegen Und er macht Schutzschilder Was ich einfach nur lame finde Und ich glaube wenn er drei Schutzschilder hat Dann ist er geschützt Yeah Angriffe gehen öfters nehmen Okay das finde ich super Ich bekomme Sterne Energie Toll Barbara mach mal Feuerzauber Damit die kleinen verrecken A A A A Y X Okay Cool BAM FIRE So Und Mario du machst Anti-V-Heap Komm Draufauen Komm Gib mir vier Cools Yeah Ich will nur Kautionen als Zuschauer haben Und Wow Ah Er kann Blitze regnen lassen Ah Böse Gut Mario Mach Mach multisprung BAM BAM Tod So Verbrennen wir ihn mal BAM 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 Brenne Bis jetzt habt ihr mir nicht das Ärger bereitet Aber jetzt reicht es mir Ach komm nicht defensiv Das ist schade! Gut, ich bin selber defensiv, aber... Gut. Nee, komm. Kann ich? Ja, geht. Mach mal nen Hammer. Komm, triff! Jawoll! Gut gemacht, Mario! So, dann töte ich mal die Schutzschilder. X, B, X, Y, X. Feuer! Jawoll, getroffen! Gah, ich lass nicht zu, dass ich meine Pläne verheiteln! Wie gefällt sich das hier?! Äh, was denn? Ah, Blitze! Feuer! Immer wieder kommen zwei seiner Schergens, so. Äh, will ich Power Plus machen? Hm, nee. Machen wir zuerst mit Barbara mal Feuerzauber. B, Y, A, Y, B. Feuer! Ungetroffen! Ich glaub, er kann gar nicht ausweichen. Sein defensiv bringt ihm nichts. Okay, gut, dann machen wir mal... Nein, normaler Hammer ist also reich. Weil ich vielleicht keine WP verschwenden, wenn ich ihn nicht treffe. Aber ich treffe. Okay. Und jetzt, ne? Ach, na warte! Was? Nochmal, Devin? Ah, konnte direkte Angriffe. Hehe. Okay. Wenn du meinst, direkte Angriffe, von mir aus, ich mach Feuerzauber. Bam! Sterb! Daran! Ah! Verflucht! Gib mir den Sternenkraft! Danke! Yeah! Oh, du bist stärker, als ich dachte. Aber das macht gar nichts. Auch für diese Fälle habe ich Vorbereitung getroffen. Was? Schaut gut her! Peach! Wo bin ich? Mario! Prinzessin Peach? Wenn ihr euch auch nur einen Schritt rührt, dann gab es einmal eine Prinzessin Peach. Bin abscheulich! Und nehm das! Oh! Oh! Autsch! Mario! Hahaha! Und nochmal! Oh! Aber! Mario! Und nun, Mario? Sollen wir sie irgendwie verteidigen? Angriff! Ah! Dude! Du wachst es nicht zu widersetzen? Ja, als ob Mario sprechen könnte. Mein pen안�antisch ist öffentlich egal... Na dann... Tja... Was? Was ist das? It's time for... ROAR!!! It's Time for PASER!!! Du 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 du! Und die Sternenkraft verschwinden mal. URISBO! Aber was war denn das? Die seien weg ه Studenten nicht aus! Ihm님! ab ich bin nicht mario was macht denn ausgerechnet hier ist hier einmalige gelegenheit ich weiß es nicht dieser baus hat uns gerade noch gefehlt ja wollen wir keinen blumenpunkt immer haben die seien wenig angeschlagen aus mario heute macht ich fertig na so einer bist du das ist ein ende mario bis in bb erholung ein bisschen lieber gewesen aber okay ja ich will nicht mit griff machen so wenn schon dann richtig 25 kp so ich werde erst mal chemik aus dem weg räumen weil sie dieser freche magi koopa kann heilen ich glaube 8 kp sogar ist extrem viel daneben also barbara tut ja ich werde einfach eine form wie weit das eure heißatmigkeit weh du greifst barbara an arschloch nein barbara lebenspilz hier habe ich noch 23 ok gut drei reichen austauschen du kommst 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 du Dann... Power Plus! Los! Yeah! Komm! Jetzt machen wir da nur Angriff, wichtig! Weil Heinen... Weil zu... für Heinen hab ich eh genug! Okay, 3, 2... Gut! Yeah! Nein, ich kraft kurz! So, komm! Das schaffst du! Mach sie down! Jawoll! Perfekt! Vergeb' mir! Und? Oh! Schade! Selbstgebissen! Miep! Bam! Fire! Gut, dann mach mal... Anti-V-Heap! Und... Bam! Eins auf den Deckel! Wahoo! Quattro Cool! Und... Kraftkuss! Und... Knutsch! Yeah! Aktionsteck Nummer 1! Und Power Dots! Voll Power! Bam! 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 Ach, schade! Ich hatte vergessen, wie stark du bist, Mario! Ja! 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 Kram speist mich! Idiot! Du-dum-dum! Komm! Mach mal Multikopf! Jetzt mach du das fertig, Gunbriner! Hast du verdient! Und... Ach, komm! Gut! Dann werden wir uns mit einem normalen Hammer! Dün-dün-dün! Woohoo! Finish! Guck! Komm, gib mir ein Level Up! Yes! Level Up! Kurz vor dem... Kurz vor... Nix! Ja! Level Up! So, ähm... Ich hau mir die... Ich hau mir die... Ich hau mir's auf OP! Ja! BP habe ich 30, das reicht! Das ist... Das ist genug! Ja! OP! Yeah! So, aber wir sind ganz full! Yeah! Das ist perfekt, denn gleich kommt... Nix! Oh! Ich kann dich nur verlieren! Puh! Das war knapp! Aber... Dann haben wir's gezeigt, wie alle wir uns... Und dann haben wir die Presse nicht zu retten! Oh! Kurz ist er verschwunden! Ja! Ah! Ist das nicht präsentisch ein Pilsch? Was macht der Perverse mit dir? Nein, Peachy! Nein! Ähm... Boah! Team umwechseln, ne? Gumm... 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 Rina! Komm raus! Barbara! Geht rein! Weil Barbara ist einfach raus! So... Hier war... Schadztruhe! Yeah! Ultrapilz! Dumm... Jetzt kommt eine ewig lange Treppe! Yo! Ewig lange Treppe! Ewig lange Treppe! Sie hat keine Hände! Oh nein! Ich glaube, jetzt bekommen wir noch einen Lebenspilz! Oh nein! Ich muss die Treppe mal einen Ende! Sonst wechsle ich auf Yoshi! Ja, geht doch! Ähm... Erdbeben bringt mir auch nichts! Doppelgriff lass ich drinnen! So! So! Schnellwechsel! Hm! Ähm... Verteidiger! Ja! Protektor! Protektor! Hm... Ansonsten! Ja! Ähm... Sonst noch irgendwas, was gut ist! Böten plus! Böten plus! Böten plus! Hm... So! Nochmal speichern! Ja! Und... Rein da! Das Finale! Möge! Beginnen! Oh! Wie bedauerlich Mario! Du bist ein wenig zu spät! Was willst du damit sagen? Was ihr da hinter mir seht! Das ist der legendäre Schatz von Goldwurz! Roger! In diesem Schreiben befindet sich die Anime als legendären Dämons!